Willkommen in Kathis Kosmos, ihr Lieben! Hallo! Das ist einfach eine ganz kurze Ankündigung heute für euch. Und zwar habt ihr schon den Titel gesehen, Ich gehe in die Sommerpause. Und zwar bin ich jetzt erstmal die nächsten Wochen tatsächlich im Urlaub. Und ich werde euch in dieser Zeit jede Woche ein Video online stellen. Das sind eben Sachen, die ich vorgedreht habe. Und ich habe natürlich da, wo ich bin, auch Internet vermutlich und werde in Kontakt mit euch stehen können, werde auch Fragen antworten, werde auch kommentieren, werde auch vielleicht sogar zwischendurch mal von dort ein Video hochladen können, drehen können, hochladen können. Das werden wir sehen. Und natürlich nach meiner Rückkehr werde ich euch ausführlich auch berichten und werde auch vor Ort viele schöne Aufnahmen für euch machen und euch dann bringen. Ihr könnt mich auch in meinem Urlaub sozusagen, ich nehme euch mit in meinen Urlaub. Und zwar werde ich versuchen, auf Instagram ein Foto am Tag zu posten. Mein Instagram-Link, den packe ich euch unten rein. Und dann hoffe ich, dass für euch die Sommerpause nicht zu lang wird. Mit Kathi-Klatsch ist das leider so eine Sache, der muss leider in der Sommerpause aussitzen, weil es irgendwie wenig Sinn macht, den jetzt vorzudrehen. Das sind ja News. Und die sollen ja immer brandheiß sein. Und insofern, vielleicht gibt es mal einen Sommer-Special-Kathi-Klatsch. Muss ich nochmal gucken, ob ich das noch schaffe, euch für euch vorzubereiten. Aber das werden wir sehen. Auf alle Fälle wünsche ich euch jetzt erstmal einen hoffentlich noch richtig, richtig schönen Sommer. Sehr verwöhnt worden sind wir ja noch nicht. Ich hoffe, es wird einfach die nächsten Tage und Wochen nochmal besser mit dem Wetter. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwie einen tollen Urlaub geplant. Wenn dem so ist, dann wünsche ich euch eine gute Reise. Und jetzt bleiben wir nur noch zu sagen, alles Gute, ihr Lieben. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf Kathis Kosmos. Wie gesagt, ihr könnt mich erreichen über Instagram, auch über die Kommentare. Und ihr könnt mir Nachrichten schicken. Ich werde auch, soweit das geht, immer relativ schnell darauf antworten, wie ihr das auch gewohnt seid von mir. So, jetzt genug gelabert und dann sage ich Tschüss und bis bald hier auf Kathis Kosmos.